Der Lena hat abgeschwungen dem anderen. Gratulieren wir ganz herzlich zu Silber. Wie glücklich macht sie denn das heute, Peter Phil? Ja, brutal glücklich. Also es ist ein super Rennen gehen, es ist eine super Piste sein. Es ist zum Glück so eine Gereenheit für alle, es waren die Bedingungen für alle gleich. Und ja, wir haben halt alles riskiert. Ich bin am Abend später umgeblieben, aber irgendwie bin ich noch im Lauf drin geblieben. Und ja, zum Glück, jetzt haben wir die Silbermedaille geholfen. Es war perfekt, ja. Können Sie sich vorstellen, dass Didier Küsch hier irgendwie zu packen gewesen wäre heute von Ihnen? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe nicht gesehen vorhin, weil ich ja oben beim Start war. Und ich habe gehört, wie viel er vor ist auf dem Christoph, was er zu dem Zeitpunkt geführt hat. Und eigentlich habe ich gemeint, dass der Christoph noch Zweiter ist. Und dann habe ich gedacht, wir sind zu zweit auf dem Podium. Aber schade, dass er der Vierter geworden ist, aber mir ist es gut gegangen und ich bin froh. Aber das tut Ihnen ein wenig leid, dass Sie den Teamkollegen darunter gebroxt haben vom Siegespodium. Ja, also wir sind Zimmerkollegen, wir sind alle beieinander, wir haben viel Spaß. Und das war schön, wenn wir zusammen da oben sein können könnten. Aber auf jeden Fall wird heute gemeinsam gefeiert. Gratulation Peter Phil. Ja, und wir werden gefeiert heute.